Halli Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu The Leftsit Mit dabei ist der Killah Kalim auf der LP Hallooo Und der Golden Amplitude LP als Belustüung Ja, aber nur im TS Ja, Belustüung im TS Aber, wisst ihr was geil ist? Genau in 20 Minuten ist Server Resort, das heißt wir können nicht überziehen Cool nicht? In der Tat, haste gut durchdacht Freundchen Ja, deswegen habe ich Markus ein bisschen warten lassen Hm Wegen gut durchdachter Plan und so Hör euch einfach mal zu, während ich hier sitze, YouTube gucke und Lasagne esse Oh, Alter Ah, Hackfleisch Lasagne Knackige Nudeln, die eigentlich gemeint sind Mach doch mal Licht an Okay, warte Geh mal eben nach Hause Hier ist Rucksack gewesen Rucksäckchen Alter, ich habe so viele Rucksäcke jetzt schon Jetzt habe ich schon mittlerweile 1, 2 Oh, krasser Scheiß Ich habe 5 Rucksäcke Pferdelasagne Gib mir mal einen, ich habe nur 3 Ja, kannst du ganz haben Kann man auch ganz einfach kraften Ich habe auch schon mal hier gekraftet Muss einfach nur Leder nehmen Markus, du willst eigentlich immer noch ein Background, oder? Und da als Gegenleistung würdest du mich durchnehmen, sehe ich hier gerade Was? Wo? YouTube Name in blau, Assassin's Creed oder Minecraft Marius, 12 Was würdest du als Gegenleistung machen, dich durchnehmen? Ach, na ja, das ist Ja, der, der, der dir steht übrigens immer noch, wollen wir für tut LP Ja, du hast ja keinen Skin Oh Klar, du hast ja keinen Skin, den ich da benutzen soll Irgendeiner wollte ihm einen neuen machen Ja, das war Killer Kalimant LP Und das Hat er bis heute noch nicht gemacht Ja, ich kann ja mal ich erinnere mich an die worte morgen ist das kind fertig ja wann habe ich das gesagt den tag als er das gesagt hat scheiße hätte ich gestern sagen können so killer kann die macht der p wo bist du hier oben das schiff ist durchgenommen also ich habe ich bin ganz oben es geht nicht und für richtig gute sachen wollen jetzt hier aber auch nicht außer reisen wix wort aber ich dr winter von broken thumbs gucken lassen uns mal zum anderen aus was anderes gehen oder ich gehe mal auf die insel da hoch vielleicht ist was interessantes jetzt kommen und damit gelandet bist du ganz oben bin hier also ich bin schon mal hallo auch der ist das gegner der war hat auch noch nicht weg geht nicht hallo papier hallo aber der wird bedrängt ist böse ich bin besoffen ja wo bist du denn jetzt ganz oben auf den berg macht das scheiß handy aus junger ganz oben auf den berg alter hier ist drauf seid ihr bei dem seid ihr bei der wall of north nein wir sind ein piratenschiff und das riesen x auf dem berg ja normalerweise gibt es die berge hinter der wall of north und da ist das du musst dich in der mitte von dem x runter graben da kommt dann aus jedem ersten block und eine kiste mit ganz viel sachen drin der drunter sicher du musst oben auf das x drauf und dich in der mitte runter graben vom x toll ich bin vergesslich bei dem kreuzpunkt quasi ja und dann ja drei blöcke oder sowas und dann kommt schon die kiste ja 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 wirklich ja ich weiß das ist immer so bei so micks also eisenblock emerald block goldblock jemand blocke oder so glaube ja das komplett recht und sechs diamant alter das ist der riesenfang der mann gemacht haben hier ist diamant block den emerald block trotzdem weil mhm 6 ja kann doch von mir aus unterkommen wenn man selber weil ich ihn anschreiben ach wenn du ist mir egal alter ui guck dir das noch mal an ich hab ne geile kiste gefunden Markus ist er wieder weg ja das ist immer geil hier ich hab jetzt emerald block cool und ich kämpfe hier alleine gegen alle und killer kali macht irgendwas was ich hab sie am diamantöhn ey du musst ja nicht vorgehen hey jetzt komm doch mal her mensch warte ich muss immer rausfliegen wüssten du aber ich bin schon fast ja bin schon fast alleine mit dem block hier killer kali ist unten auf dem schiff ja krank ist auch in unten kommt gleich da raus ne 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 ich bin hier oben ich bin hier oben ja moment mach mal gleich mit hier was mach mein letzter blätter runter oder was ne ich dachte schon oh ich bin mir schwindel nicht guck nicht runter hallo alter der ist lustig der typ der kann man gut aus belustigung nehmen der hat skill der hat also mein ruck mein inventar ist einfach rucksäck was soll ich denn jetzt machen ich kann nichts mehr einsammeln mein inventar ist voll wusstest du dass du keine rucksäcke in rucksäcke packen kannst aber ich meine in echt packen die auch rucksäcke in rucksäcke der pirat ist lustig guckt mal hinter dein pirat hallo 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 der läuft die ganze zeit immer vorbei schon der scheint wohl blind zu sein der will keine fameboys töten der ist auf einem auge blind was so so piraten sind auf einem auge blind du bist ein dumme du bist ein dumme oh hier ist nur was zu essen warte mal das brot kann ich gut gebrauchen dann noch noch oh ja hier ist noch ein rucksack ich habe noch ein rucksack gefunden alter gib mal einen ab hier ja komm her christen das ist kein ding christen oder zwei komm hoch hier liegt ein roter rucksack deiner rotfarbe der liebe meiner bei einem gelben kling ist dieses meiner ok kannst du auch haben reinforce bow nehme ich auch mal mit willst du noch rein obwohl ich habe ja schon einen warte hier kriegst du noch ein rucksack warte ich muss gucken welcher leer ist irgendeiner wollen den leer ich habe auch Pferd gebissen alter jetzt macht die kacke aus hier noch ein rucksack Markus da fliegt er ich habe den roten rucksack wieder eingesammelt kann das sein wer weiß wer weiß wer weiß auch nicht aber das schiff scheint auch schon gemacht zu sein oder drei vier fünf wie viele rucksäcke hast du jetzt noch vier ich habe fünf das war unsere französische gruppe da wird auch nichts geschickt außer Hausaufgaben von daher ist das ganz interessant genau wie eine Klassengruppe da werden auch nur Hausaufgaben geschickt kenne ich irgendwoher ich weiß auch nicht bei uns auch ich weiß nicht warum aber bei uns ist das auch so oh hier geht es runter also ich finde das voll doll Woffel Woffel kommt doch ey wir tanzen dem Frop achso da drungen waren wir auch noch nicht Killer Kalli komm mal mit hier oh ich bin grad am blüten du nimmst das ganze essen gar nicht mit du wirst irgendwann verhungern Junge ich habe 31 Brote 5 Mellon und 5 Steaks was willst du von mir ich bin dann trotzdem ich glaube hier oben ist der Boss im Schiff ist der immer auf der zweitletzten Etage wenn das so ein großes ist ach das ist eine Bucht das ist so einem Anker drüber wo bist du Markus komm mal ganz nach oben ist das so ein Berg mit so einer Bucht drin wo ein Schiff drin steht ja das ist geil da war auch das X drauf Markus wo bist du ich bin hier oben wenn du bei der hinteren Koordinate bei genau bei minus 7000 bist also hinten die die hinten steht dann müsstest du die Wall of North sehen bei der vorne steht minus 8000 ich bin gerade unten komm mal runter Killer Kalli jetzt komm hoch hier oben ist der Boss hier gehts noch weiter hier unten hier unten sind aber Kisten ja ich mach die jetzt alleine der Yolo scheiß muss ganz harter meinst du schaffst das alleine nein ich lass die überhaupt da oben doch da steht der Boss komm mal hoch schaff die Lasagne auch nicht alleine ich schieße den schon mal ab mit mit Parision weil ich ein ganz fanboy bin kommst du hoch ja warte lass mich eben hier unten alles ausplündern äh hallo ich kämpf grad gegen den Käpt'n das wäre vielleicht Unterstützung nötig ja warte die sind doch easy die kriegt es doch alleine ja ok 100 Leben ja der klont sich und das ist mein Problem dann komm ich auch voll durch den Arm Klone machen die aber keinen Schaden soweit ich weiß ganz oben bist du ja schon jetzt ist er gleich tot jetzt hast du verkackt 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 für dich ja ich nicht nicht 200 Leben hat er noch oh mein Gott ich hab ihn fast tot huuuu hui hui nicht vorwitzig na gut läuf bei dir oh kommst du jetzt mal na gut jetzt ist er tot gleich der hat nur noch 100 Leben hat er denn nicht eben schon 100 Leben nein da hatte ich nur noch abgezogen jetzt hat er nur noch 100 oh irgendwie ist er weg ok alter jetzt einfach lieberschön ok ich hab die ganzen Sachen schau mal du kannst dann der Boss ist zwar noch nicht tot der fliegt ja irgendwo rum ich weiß nicht wo aber mach doch gut er fliegt und teleportiert sich ja ich weiß auch nicht wo er ist da hat sich irgendwie so er ist bei mir gerade Killer Kali ach schon ich komm ja schon ich komm so stark ist der wirklich nicht der hat mir ziemlich viel Schaden wo bist denn du ach da unten hallo oh scheiß ich bin gerade tot ich bin gleich tot also keine goldene Feder oder so nein noch nicht ihr seid ja schon irgendwie behind ich hab 3 Stück davon ok er ist tot aua der lebt dann doch noch Monoklon ooooooh ey komm ich hab den 400 Leben gezogen du schaffst es nicht 100 zu ziehen ey Junge ich hab grad mal 3 Herzen wie soll ich das schaffen jetzt ist er gleich wirklich tot ich hab gern für Rüstung ein Diamant oder was ja jetzt er tot ja man ich bin grad dabei mir das Geld zusammen zu fahren also der war trotzdem einfach was fliegt du denn hier rum hier mal schnell lass mal hier runter gehen hier runter gibt es auch noch was so trugen mäßig und so ich hab oh da oben übel die geile Sachen gefunden ok die waren gar nicht so geil vielleicht hab ich was vergessen ich flieg nochmal hoch oh ein Backpack ooooooh nun Backpack ich hab einfach ach die sind echt kannst du ganz einfach grafen das weißt du ja ja wir aber große sind gut wenn man die findet finde ich große gehen nämlich ein bisschen schwieriger glaube ich ja das stimmt alter war in der Kiste von dem Piraten wirklich nur so low Sachen drin so jetzt lass mal weiter fliegen komm komm auf auf ihr müsst die Tower machen die nach unten gehen da sind hoffenweise Tief und Scale Sachen drin ja komm jetzt gibt Gas ja wo bist du denn ich flieg schon hier oben ist das X wo bist du geflogen ach da hin komm lass mal hier den Boss haben wir noch hier noch nicht gemacht bei dem Piratenschiff lass den machen da sind auch übel geile Sachen oben ja ich weiß nicht mal wo der ist den mach ich alleine ooooh das ist das ein Familiendrama oh hallo ah scheiße ich komm da nicht hoch so jetzt wo bin ich hier ach so da hier lang muss ich und dann kommt da Bösschen Hallo Pösschen Pösschen Hallo bist du hier was komm mal hier hoch Markus Nö Markus Wut Wut Ey sind zwei Leute aufm Deskzit Server Alter der Boss ist doch achter da so hab schon gedenkt hast schon gedenkt kann ich verdenken Na ganz ehrlich Markus können sie mir bitte helfen ich frags sonst noch wegen dir ist mir gerade egal warte Aua der macht ordentlich Damage Scheiß alter schön dass es dir da unten gut geht ne ich bin noch selber gerade aufm Schiff du Vollidiot ja komm mal hier hoch ganz hoch auf dem Berg da ist da steht der Boss direkt da hat noch 800 gar nicht mehr viel leben ich bin gerade ein anderes Piratenschiff auseinander bestimmt nur so ein loading scheiß ich bin das Wasser gefallen tabee kommt der Boss jetzt auch hallo oh ja der war wirklich low was ja klar war das low weil das nicht so geile Sachen hat ja egal lass mal was anderes durchnehmen hier hallo darf ich den Boss noch töten und die geilen Sachen müssen Dankeschön ja mach doch bin grad dabei oh ich der Boss ist schon wieder weg der verschwindet bei 100 Limpen aber ich bin spurlos ich weiß auch nicht naja ich nehme die Sachen mit und dann gehe ich oh 3 hexige diamonds du mensch ist gut und dann noch diamonds normale ey das ist auch gut das kann ich so schlecht alles was ich finde äh Lidia Decker habe ich auch oh da ist er jetzt wieder gekommen oder bist du das ja das ist da hallo schön da hast du dich auch mal wieder blicken das ist ja der Pirat mal ganz schön die wieder zu sehen woran erkennt man eigentlich so ein unterirdischen Dings äh dass der ähm der ist da ist nur eine Etage über den sieh da genau auf der Karte sieht der genau aus wie die anderen das ist halt nur eine Etage wo die Rentner gehen da unten ne mhm so wartest du jetzt auf mich ich habe übrigens Ender Augen von von Ender Portal ganz gut wo bist du ich bin gerade beim Turm und ich habe keine Spitzhackle dabei das beste Voraussetzung sag mal an den Koordinaten äh warte mal minus 8000 4 10 plus 80 plus 80 plus 80 plus 80 ok das schaffe ich und minus 8014 das ist nicht richtig weil die sind zwei Tower die noch nicht gemacht wurden ja warte ich komm gerade oder also wie weit bist du denn geflogen harte los durch die Nacht ok harte 200 Blöcke noch dann bin ich da dann kommt Odin eigentlich mal da bist du ich seh dich ja ich dich auch stell dir vor lass hochgehen da hab ich schon guckt da ist nichts ja das hab ich auch schon gemerkt hast du da guckt hast äh hast du Diamant hast du irgendeine Spitzhacke dabei ne ne sorry ja komm ja komm ja ich hab's vergessen jetzt klasse bin enttäuscht von dir jetzt muss ich wieder die Sword abbauen und du sneaks die Sachen ich merk schon boah sag mal echt du laufst immer in meinen Schlag rein das find ich überhaupt nicht gut ach und dann schwörst du nicht dass ich sterbe hinten leiste ach da ist noch ne spinne und deswegen weil ich schade hör die ist schon wieder ja einfach so das find ich nicht okay von dir ich kann dir auch ne Spitzhacke geben dann kannst du es abbauen oh ich fahr ich gar nicht oh ich brenne na komm runter du verlierst kein Leben hallo meine süßen alles ok bei euch ey sag mal du spinnst du jetzt total lass die kacke jetzt endlich reg mich einfach nur auf jetzt stirb mir du scheiß Spinner mach die Spinne jetzt tot hier alles nö lass die doch mal leben die hat auch mal leben und mach dir die Spinner erstmal kaputt ey wieso ach der ach der ach der dich verfolgen Zombies hör mal steckst du gar nicht mehr und da oben klingende Spinne jetzt komm jetzt lass uns hochgehen ja geh aus mir raus und du wundest dich dass ich schlau du musst eh gleich aufhören jetzt geh aus meinem Schlag raus sag mal du bist total behindert Junge ich nehm's dir ja mit allen auf weisse und du ich nehm's ja mit niemanden aus wo sie spawnen abbauen du schlau wie schlau wie du schlau wie auch nein Iron Pickkicks hab ich mir mal geschnuppt ja dann äh nimm mit auch machst du das Geld noch tot super so ich verstaue erstmal alles hier ne wenn das auch ja ich auch brauchen wir was gemeinsam der war voll der Rucksack muss den anderen nehmen äh der ist auch ziemlich voll aua hallo Zombi hey mach den Zombi mal tot ich hab ein Energiantswort grad in die Ketur äh vor Schreck weggelegt dankeschön klackern die was ich bin leicht verrückt ähm das muss weg oh ist grad schade ja warum auch immer wahrscheinlich von einem Monster ja aber ich sehs nicht weiß ich auch nicht vielleicht wirst du einfach nur vergiftet oder einfach doof da packt du die Spinne fest er lass die doch einfach festpacken mir tut mir eh nichts mir scheißegal die Spinne ich hab ne Phoenix Feder äh ich geh schon mal vor halloo oa Boss Zombie der mein Schwert weggenommen hat schwinnst du? ich hab mein Schwert wieder ja ich mein Schwert nicht wiederkriege ne mach den mal tot bitte hilf mir Markus ich hab kein Schwert mehr der hat mir weggenommen komm her komm her ey der hat mein Schwert auch weggenommen ja was soll ich machen hast dus wieder ja jetzt hab ichs wieder hast du meins auch ne alter ich sterb gerade ein halbherzen wo bist du ach da unten ja der Zombie da hast du meins Schwert sag mir bitte dass du mein Schwert hast nein hab ichs nicht machs hols mir oder warte ich muss mal eben gucken ja bitte ohne Schwert bin ich aufgeschmissen ne ich hab mein Schwert echt doch hab ich ja danke krieg ich das auch wieder? wär echt süß von dir ja warte doch und verwechsels bitte nicht ne da ich möchte meins haben dankeschön ah ne das ist äh mein Schwert ja warte das ist das hier ja ok damit bin ich mehr verfrieden dankeschön nackers darf ich nach vorher generieren? über den wir können abgehen oh ok wir können sowieso aufhören da passiert jetzt gleich was es ist 16 Uhr das ist aber wird jetzt restarted steht zwar noch nicht im Strat aber kommt gleich warte da steht es noch daily restart tschüss meine lieben Freunde ich fliege runter ok das hat noch gepasst 21 Minuten tschüss tschüss tschüss